Hallo und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. War das nicht ein tolles Frühlingswochenende gewesen? Nur eine Woche nach strengem Nachtfrost, nach viel Schnee, gab es Temperaturen am Samstag und Sonntag von bis zu 20 Grad und teilweise auch noch etwas darüber. Was konntet ihr eigentlich an diesem vergangenen Wochenende unternehmen? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar hier unter diesem Wettervideo. Ja, in den kommenden Tagen, da wird es richtig spannend. Es gibt zwar eigentlich viel Sonnenschein und auch sehr hohe Temperaturen, aber es gibt noch den Sahara-Staub. Sand und Staub wurde in der Sahara ordentlich aufgewirbelt und dann mit dieser Südwestströmung bis zu uns nach Deutschland transportiert. Und besonders im Westen, da wird es heute teilweise trüb sein, eben aufgrund dieses Sahara-Staubs. Und natürlich stellt sich auch weiterhin die Frage, bei dieser extremen Wärme, jetzt schon im Februar, da muss doch irgendwann nochmal der große Temperatursturz kommen. Gibt es denn einen Märzwinter? Wir schauen uns gleich mal das neueste Modell-Update an. Was passiert da in den ersten Märztagen? Wird es nochmal deutlich kälter? Kommt der Winter zurück nach Deutschland? Doch dazu später mehr. Wir blicken zunächst auf die Höchsttemperaturen von gestern und stellen fest, in Metzingen, da war es mit 20,4 Grad am wärmsten. Aber auch in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern wurden 20,3 Grad erreicht. In Notzingen waren es 20,2 Grad, in Nordrhein-Westfalen, in Lippstadt ebenfalls 20,1 Grad, in Wolfsburg 20,0 Grad und in Aue ebenfalls 20,0 Grad. In Sachsen und Neunkirchen im Saarland hatte auch die 20 Grad erreicht. Ja, vor gut einer Woche am letzten Montagmorgen, da gab es Frühwerte von teilweise minus 20 bis minus 25 Grad. Da ist es heute Morgen ja schon richtig mild, Temperaturen minimals minus 2,0 Grad. In Fritzlar heute Morgen in zwei Metern Messhöhe, in Friedrichshafen minus 2,0 Grad, in Stuttgart 0,0 Grad. Ein bisschen kühler war es heute Morgen direkt über dem Erdboden. Leutkirchen minus 6,3 Grad, Sondra minus 5,5 Grad und Stuttgart minus 4,9 Grad. Ja, wir blicken auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag und sehen sehr schön, die Kälte hat sich weit zurückgezogen und der Weg ist frei für diese warme Südwestströmung. Da kommt eben auch dieser Sahara-Staub zu uns und das Hoch Ilonka sorgt aber weit verbreitet auch heute für freundliches und trockenes Wetter. Aber hier und da kann es eben im Westen diesen Einfluss vom Sahara-Staub geben und da bleibt es vielleicht auch ein bisschen kühler. Und wenn ihr wissen wollt, wie warm es bei euch heute und in den kommenden 14 Tagen vor Ort sein wird, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Wir blicken auf den heutigen Morgen und der bringt rund um die Donau wieder ein bisschen Nebel, Frühnebel. Da gab es auch gestern bis zum Mittag dichten Nebel in Regensburg, deswegen gestern gerade mal 3, 4, 5 Grad als Höchsttemperatur, denn der Nebel ist einfach sehr spät erst weggegangen. Und im Westen, da sind bereits diese hohen Wolkenfelder im Aufzug und die sind entstanden durch diesen Sahara-Staub. Da haben sich eben die Wolken gebildet und da kann es heute etwas drüber bleiben und auch im Tagesverlauf, da spielen diese hohen Wolken, dieses milchige, trübe Wetter eine Rolle, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen, in Baden-Württemberg. Da wird es heute nicht so sonnig sein wie gestern und vorgestern. Im Rest des Landes dagegen deutlich freundlicher und auch hier entlang der Donau, da könnte sich der Nebel vermehrt auch wieder zum Mittag auflösen. Wir blicken auf den heutigen Abend im Osten viel Sonnenschein, im Westen immer noch dieses trübe Wetter mit diesen hohen Wolken, mit diesem Dunst, diesem Milchschleier. Also da ist es heute Abend wahrscheinlich auch noch ein bisschen trüb. Ja, und die Temperaturen heute je nach Sonnenscheindauer 13 bis teilweise 20 Grad hier im Westen. Bei Dauernebel, da werden es entlang der Donau auch gerade mal 4 oder 5 Grad sein. Mehr wird es da nicht werden. Wir blicken auf die Frühwetter am Dienstag und morgen ist es relativ mild zum Start. In den Tag im Westen um die 10 Grad, sonst 7 bis 5 Grad. Im Südosten teilweise auch wieder Temperaturen um 0 Grad. Direkt über dem Erdboden kann es noch etwas kälter bleiben. Wir blicken auf das Wetter vom morgigen Dienstag insgesamt. Auch freundlich, aber immer wieder trüb hier und da, so ein bisschen milchig. Da ist eben dieser Sahara-Staub in der Luft unterwegs und auch am Dienstagmittag hier und da immer noch so ein paar dichtere, hohe Wolkenfelder. Da ist die Sonne nicht ganz so stark und die Temperaturen bleiben dann hier und da auch ein bisschen gedämpft. Zum Abend dann wieder stellenweise etwas weniger Wolken und oftmals auch wolkenlos. Die Temperaturen am Dienstag je nach Sonnenscheindauer 13 bis 19 Grad. Punktuell sind auch mal wieder im Westen bis zu 20 Grad drin. Wir blicken auf den Mittwoch. Es bleibt weiterhin frühlingshaft warm. 14 Grad im Südosten, um die 16 Grad in der Mitte. 17 Grad im Norden, 18 Grad im Osten und der äußerste Westen teilweise 21 bis 22 Grad. Und auch am Donnerstag geht es noch mal sehr warm weiter. Temperaturen 16 bis 20 Grad und wir blicken auf den Freitag und da scheint es dann wirklich kühler zu werden. Die Temperaturen gehen zurück auf 11 bis 13 Grad, aber auch das ist natürlich für die Jahreszeit noch weiterhin viel zu warm. Und wir blicken auf den Sahara-Staub, auf die Sahara-Staub-Verteilung über Afrika und eben auch über Mitteleuropa. Man sieht sehr schön hier, wie der Sahara-Staub über Frankreich bis heute zu uns nach Deutschland gelangt. Vor allen Dingen im Westen ist die Konzentration heute Mittag relativ hoch. Deswegen teilweise hier dieser trübe Himmel, aber auch morgen am Dienstag gibt es weiterhin Sahara-Staub. Der wird uns wohl die ganze Woche begleiten. Dann der Schwerpunkt auch eher hier im Osten, aber auch im Westen, im Norden und Süden. Da kommt eben dieser Sahara-Staub an. Teilweise rieselt der auch runter vom Himmel und da kann sich das Ganze so ein bisschen ablegen. Vor allen Dingen auf dem Autolack sieht man das sehr schön oder auf den Autoscheiben. Die sind dann morgen und heute auch teilweise mit so einer ganz dünnen Sandschicht überzogen. Aber Blutregen haben wir erstmal nicht zu befürchten. Blutregen heißt, dieser Sahara-Stand wird ausgewaschen aus der Atmosphäre eben mit Regen. Aber viel Regen ist erstmal überhaupt nicht in Sicht. Das sind die Niederschlagssummen bis zum 3. März, also bis in die nächste Woche hinein. Und da fällt im Nordwesten eigentlich nichts vom Himmel. Auch im Nordosten und im Süden fast nichts. Und nur in der Mitte, da könnte es mal so bis zu 10 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter geben. Wahrscheinlich so ab Freitag, Samstag. Aber das ist noch relativ unsicher. Große Regenmengen werden es ohnehin nicht sein. Wir blicken auf das Rhein-Main-Gebiet, auf die Ensemble-Vorsage bis zum 9. März. Und gucken mal nach, kommt dann noch der Temperatursturz, kommt noch mal der Rückfall in den Winter. Und wir stellen eigentlich fest, da ist nichts zu sehen mit einem März-Winter. Die Temperaturen anfangs um die 15 Grad, danach zum Wochenende ein bisschen kühler. Temperaturen um 10 Grad, aber bis zum 9. März keine deutliche Abkühlung. Kaum Chancen auf Frost im Rhein-Main-Gebiet und auch kaum Niederschlagssignale. Das heißt, es geht bis zum 9. März im Rhein-Main-Gebiet relativ mild und auch sehr trocken weiter. Wir schauen in den Osten Deutschlands auch bis zum 9. März die Ensemble-Vorsage und stellen auch hier fest. Zunächst sehr warm, Temperaturen 15, 16 Grad, danach kommt auch hier zum Wochenende die Abkühlung, aber immer noch mit Temperaturen um die 10 Grad und so geht es auch weiter bis zum 9. März. Auch hier kaum Berechnungen im Frostbereich, es bleibt einfach für die Jahreszeit relativ mild. Ein März-Winter ist auch im Osten nicht in Sicht und auch hier im Osten gilt, es sind kaum Niederschlagssignale bis zum 9. März zu erkennen. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net. Tschüss, einen schönen Montag und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Tschüss.